Die Wohnsitzfrage. Mein Mann ist im Ausland gestorben, ich wohne in Deutschland, habe ich Anspruch auf das Sterbevierteljahr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben eine Schnellfrage reinbekommen. Mein Mann lebte vorübergehend im Ausland und er ist auch überraschenderweise dort verstorben. Ich selber habe meinen Wohnsitz hier in Deutschland. Nun habe ich gelesen, dass ich keinen Anspruch auf das Sterbevierteljahr habe, weil mein Mann im Ausland gelebt hat oder gewohnt hat. Ist das richtig, Herr Knöppel? Nein. Völliger Blödsinn. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so salopp sage. Das ist natürlich nicht so richtig. Hier geht es aller Voraussicht nach, weil der Sachverhalt nicht ganz klar war, darum, ob unsere Anfragende, also die Witwe, Anspruch auf die Vorschussleistung wegen dem Sterbequartalsgeld oder Sterbevierteljahr hat. Und da sagt das Gesetz ganz eindeutig, dass die Witwe, also der Hinterbliebene, grundsätzlich Anspruch auf diese Vorschussleistung hat, wenn der verstorbene Ehegatte selbst eine Rente in Deutschland bezogen hat, also eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente, und wenn sie, die Witwe, ihren Wohnsitz im Inland hat. Das heißt also, wenn sie im Inland leben, haben sie Anspruch auf die Vorschussleistung. Sie müssen natürlich auch die Anspruchsvoraussetzungen für die Witwenrente erfüllen, sprich, sie müssen verheiratet gewesen sein und der Verstorbene muss die entsprechenden Wartezeiten in der gesetzlichen Rente erfüllt haben. Wenn das alles vorliegt, ist das gar kein Problem. Antrag stellen beim Postrentenservice innerhalb eines Monats nach dem Tod des verstorbenen Ehegatten. Ganz einfach, sie gehen zur Deutschen Post, holen sich ein Antragsformular, Sterbeurkunde, also diese Originalsterbeurkunde mit abgeben und dann haben sie Anspruch auf ihre Vorschussleistung. Dieses Sterbequartalsgeld, dieses Sterbevierteljahr, was wir ja alle immer so kennen, ist Teil der Witwen- oder Witwenrentenleistung. Das heißt also, ich bekomme drei Monate volle Witwenrente ohne Abzüge und ohne Einkommensanrechnung. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Verstorbene in Deutschland gelebt hat oder in der USA oder meinetwegen auf den Fidschi-Inseln. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir für die Vorschussleistung immer einen Inlandsbezug haben. Näheres zum Thema Witwenrente, Vorschussleistung, Sterbequartalsgeld finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Tage, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.